Hallo Beschwörer. In Piltover trug sich etwas herzzerreißendes zu. Wenn Urianna ihr Herz denn noch zerreißen kann. Denn das hat sie ja, wie wir wissen, Corin gegeben. Allerdings erfahrt ihr das in ihrer Hintergrundgeschichte. Hier geht es um ihre Kurzgeschichte und dort lernen wir Fierum kennen. Viel Spaß dabei. Fierum von Rayla Heide Urianna schritt über den Festplatz, der in der Abenddämmerung leer und still war. Sir Feisterlees Fantastischer Jahrmarkt öffnete seine Tore zweimal im Jahr, um die Einwohner Sons zu verzaubern, und Urianna wollte sich ihre Chance nicht entgehen lassen, seine Wunder selbst zu erleben. Sie hatte gewartet, bis das Festgelände am Ende des Tages Menschen leer war und Gelächter und Akkordeonmelodien verstummt waren. Nur das leise Summen des Dampfes, der durch die naheliegenden Rohrleitungen gepumpt wurde, störte die Ruhe. Auf dem Platz lag Abfall herum. Bunte Luftschlangen und grelle Ballons vermischten sich mit zerknülltem Wachspapier, das zuvor noch Marmeladengebäck umwickelt hatte. Uriannas Kugel schwebte neben ihr, während sie an einer Bude voller Rosen vorbeischritt. Auf dem Schild stand, dass jede der Rosen nach einem Tag der Woche roch. Sie passierte einen aufziehbaren Affen, der zwei Becken hielt, und einen Wagen, an dem gezuckerte Äpfel verkauft wurden. Keine der Freuden Sons weckte Uriannas Interesse, denn sie hatte nur Augen für den Glasschrank, der etwas abseits am äußeren Ende des Platzes herumstand. Ein schimmerndes metallisches Zwinkern blitzte im Mondschein auf. Es kam von dem mechanischen Jungen, der hinter der Scheibe saß. Uriannas hatte so etwas wie ihn noch nie gesehen und näherte sich voller Faszination. Er war mit einem nachtblauen Anzug gekleidet und trug einen Zylinder. Seine Haut war aus reinem Porzellan und verbarg die feine Mechanik, die sich darunter befand. Seine Augen leuchteten mit Funken aus Silberdraht. Als sich Urianna ihm näherte, formten seine Lippen ein Lächeln. »Kannst du ein Geheimnis für dich bewahren?«, fragte der Junge. Seine Stimme ließ Urianna an sanftes Glockenspiel denken. »Hallo«, sagte sie. »Natürlich.« »Was hältst du von einem Handel? Mein Geheimnis für deinen Namen.« »In Ordnung.« »Ich heiße Orianna.« »O-R-I-A-N-A«, wiederholte er. »Welch weiche Klänge!« Orianna hätte schwören können, dass seine Porzellanwangen erröteten. »Nun bin ich wohl dran. Ich heiße Fierim. Mein Geheimnis ist, dass ich mich vor der Welt fürchte, obwohl ich mich danach sehne, weit entfernte Ufer und abgelegene Berge zu sehen. »Lebst du deswegen in einem Schrank?«, fragte sie. »Weil du dich fürchtest?« »Hier besucht mich die Welt!«, sagte Fierim. »Hinter dem Glas bin ich sicher. Ich bin sehr zerbrechlich, wie du siehst.« Er zeigte auf einen Haar riss an seinem Vorderarm. »Da siehst du es! Ich werde alt!« Fierims Mund verwandelte sich in ein schiefes Grinsen. Orianna kicherte und zuckte mit den Schultern, eine Bewegung, die sie sich erst kurz zuvor angeeignet hatte, obwohl sie sich nicht sicher war, ob sie sie richtig einsetzte. »Oho! Du hast noch nicht meine Tricks gesehen!«, sagte Fierim. Er griff in seinen Ärmel und holte mit einer ausladenden Bewegung einen Gänseblumenstrauß hervor. »Ta-ta!«, rief er feierlich aus. »Und?«, Fierim setzte seinen Hut ab und nickte. Ein halbes Dutzend mechanischer Tauben flatterte aus dem Zylinder empor. Er klatschte in die Hände und der komplette Schrank füllte sich mit einem undurchsichtigen roten Rauch. Als er sich ein paar Augenblicke später auflöste, waren die Tauben verschwunden. Orianna applaudierte vor Begeisterung. Die Kugel schwirrte beeindruckt. »Wunderbar!«, rief sie. »Wie echte Zauberei!« »Das war nicht mal meine beste Darbietung. Ich bin etwas ungeschickt mit meinen Ärmeln umgegangen,« gab er zu und faltete seine Hände. »Kleine Wunder sind meine Spezialität. So wie du mich auf deiner Reise entdeckt hast in dieser großen Stadt. Ausgerechnet du!« »Du hast mir zugewinkt!«, sagte Orianna. »Warum?« »Unsere Seelen sind verwandt, deine und meine. Aber das wusstest du schon!«, sagte Fierim. »Deswegen bist du doch hier, oder?« Er scharrte mit seinen Füßen. Seine geschickte Bewegung versetzte Orianna ins Staunen. »Ich habe einfach noch nie so jemanden wie dich gesehen!«, sagte sie. »Ich bin einzigartig, stimmt's? Genau wie du!«, sagte Fierim. Er deutete auf ihren mechanischen Körper und blinzelte. Orianna lächelte. Fierim lehnte sich gegen das Glas. »Dein Lächeln ist...« »Künstlich?«, sagte sie. »Ja, ich bin immer noch dabei, mein Minenspiel zu verbessern.« »Wunderschön!«, sagte Fierim. »Jetzt lässt du mich allerdings erröten.« Oriannas Kugel, die neben ihrer linken Schulter schwebte, stupste sie leicht an. »Nicht jetzt!«, sagte sie zur Kugel. Sie hob den mechanischen Affen vom Verkaufsstand nebenan auf und drehte seinen Aufziehschlüssel. Er flitzte mit rotleuchtenden Augen über den Boden und schepperte bei jedem dritten Schritt mit seinen Becken, bis er schließlich zum Stehen kam. »Du bist nicht wie er, oder, Fierim? Aufgezogen von einem Schlüssel?«, fragte sie. »Du hast einen Verstand. Eigene Gedanken.« »Ich mag aus Zahnrädern und Getrieben bestehen, aber ich habe Träume, wie jeder andere auch.« »Ich weiß, dass du davon träumst, diesen Ort zu verlassen. Du fühlst dich sicherlich ganz einsam hinter dieser Glasscheibe. »Komm mit mir. Wir könnten zusammen alles hinter uns lassen,«, sagte Orianna. »Von hier weggehen?«, Fierim senkte sein Haupt. »Ich bin mir nicht sicher, was du meinst.« »Du hast doch sicher der ruhelosen Geschäftigkeit von Zahn gelauscht oder von den großartigen Wundern in Piltover gehört?«, fragte Orianna. Fierim blickte wieder nach oben. »Ich will den ächzenden Heuler bei Dämmerung reiten und die letzten goldenen Strahlen des Tages erleben,«, sagte Orianna. »Von ganz dort oben kann man den Hafen jenseits der Meeresschleusen und das unendliche Glitzerndes Ozeans sehen. Dort oben bekommt man eine Vorstellung vom Geruch weit entfernter Lande.« Oriannas Kugel schwirrte beim Aufsteigen in die Luft und stupste sie erneut an. »Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt,«, sagte sie. »Fierim, möchtest du die Welt mit mir entdecken? Wir könnten zusammen weggehen, gleich jetzt. Ich beschütze dich.« »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen,«, sagte er. Orianna bewegte sich im Kreis um den Glasschrank, um eine Öffnung zu finden. Sie fand ein eisernes Vorhängeschloss, das die kleine Tür am unteren Ende verschloss. Sie erhob ihre Faust und schmetterte sie auf das Schloss, wodurch es aufsprang. Ein Nachtwächter näherte sich ihnen. »Hey, Schluss damit!« Nach einem kurzen Blick Oriannas raste die Kugel in Richtung Nachtwächter. Sie stieß scheppernd gegen seinen Helm und schwebte dann in der Luft, als ob sie auf einen Befehl warten würde. Orianna nickte, und die Kugel strahlte wellenfunkelnder Energie aus. Der Nachtwächter wurde von der Energie erfasst und schlug mit seinem Schlagstock auf die Kugel ein, die sich nach oben wirbelte und wieder auf ihr Ziel stürzte. Ein zweiter Nachtwächter rannte auf Orianna zu. Sie versuchte, Fierim durch die Tür zu ziehen, aber sein Stuhl verhakte sich mit der Öffnung. »Fierim, kannst du deinen Trick wiederholen?« Die Kugel strahlte vor Energie, während sie in Richtung des ersten Nachtwächters wirbelte. Sein Metallhelm zischte und Funken stoben. »Meinen Trick?« Fierim fasste in seinen Ärmel und zog einen Strauß heraus, während sich Orianna blitzschnell vom Nachtwächter entfernte. »Nein, den anderen!« Fierim steckte den Strauß zurück. »Den letzten Trick!« sagte sie. »Schnell!« Der mechanische Junge zog den Strauß erneut aus seinem Ärmel. Orianna rannte auf den Nachtwächter zu, wobei ihr Metallkleid eine Flut scharfer Klingen ausfächerte, bis der Mann mit erhobenem Schlagstock zurückwich. »Weg von ihm!« sagte der Nachtwächter. »Das ist unser Eigentum, an dem du dich da vergreifst!« »Hier besucht mich die Welt!« sagte Fierim. Er setzte seinen Hut ab und Tauben strömten heraus. Der Nachtwächter setzte zum Schlag auf Oriannas Kopf an und sie duckte sich weg, als Fierim klatschte. Der Schlagstock zerschmetterte die Seite des Glasschranks und purpurroter Rauch strömte aus der Öffnung hervor, wodurch alle Bewegungen verschleiert wurden. Der erste Nachtwächter reagierte auf die galvanischen Angriffe der Kugel mit kompromissloser Härte und legte sein ganzes Gewicht in jeden Schlag. Die Kugel war jedoch unerbittlich und schoss eine letzte Energiewelle auf seinen Helm, wodurch der Nachtwächter niedergeschmettert wurde und bewusstlos liegen blieb. Die Kugel surrte vor Zufriedenheit und flog zu Orianna zurück. Sie stieß voltaische Wellen in Richtung des zweiten Nachtwächters aus, der daraufhin regungslos zurückblieb. Orianna stieg in den von Rauch erfüllten Glasschrank. Sie hob den mechanischen Jungen von seinem Stuhl, doch seine Beine streckten sich nicht aus, sodass er nicht stehen konnte. Fierim, Fierim, wir müssen hier weg. Weg? Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Metallische Tauben flogen durch das aufgebrochene Glas, fielen aber ein paar Meter von der Tür entfernt zu Boden. Fierim, steh auf, damit wir verschwinden können, sagte sie mit niedergeschlagener Miene. Bitte. Oho, du hast noch nicht meine Tricks gesehen. Er zog den Strauß aus seinem Ärmel. Orianna ignorierte Fierims Versuch, seinen Zylinder abzusetzen, und zog ihn, obwohl er noch in seiner sitzenden Position war, durch die Öffnung im Glasschrank. Draußen hatte die Kugel den zweiten Nachtwächter in die Enge getrieben, der krachend zu Boden gesackt war. Das war nicht mal meine beste Darbietung. Ich bin etwas ungeschickt mit meinen Ärmeln umgegangen, sagte Fierim. Du bist nicht... Deine Stimme... Wiederholt sich, sagte Orianna. Sein Kopf fiel ungelenk nach hinten und sie richtete ihn wieder auf. Mein Geheimnis ist, dass ich mich vor der Welt fürchte, sagte er. Orianna bemerkte die Stickerei auf seiner Jacke. Sir Feisterlis fantastischer Jahrmarkt, freundlicher Fierim. Er war nichts weiter als ein simpler Automat, ein Spektakel für die Massen. Ich war mir sicher, dass du einen Verstand hast, eigene Gedanken hast, so wie ich, sagte sie. Fierim schaute sie mit silbern, funkelnden Augen an. Ich bin einzigartig, stimmt's? Er scharrte nervös mit seinen Füßen, obwohl sie sich in der Luft befanden. Genau wie du. Die Kugel kehrte zu Orianna zurück und surrte leise. Wir sollten gehen, flüsterte sie. Sie setzte Fierim zurück in seinen Stuhl, den sie außerhalb des zerstörten Glasschranks hingestellt hatte. Ich wünsche dir alles Gute. Kleine Wunder sind meine Spezialität, sagte er, so wie du mich auf deiner Reise entdeckt hast. Auf Wiedersehen, Fierim, sagte Orianna leise. Die beiden Nachtwächter lagen bewusstlos auf dem Boden. Die Kugel schwebte an ihrer Seite, während sie davonschritt. Sie schaute sich nicht um, bis sie die hoch aufragenden Tore des Jahrmarkts passiert hatte. Als sie sich umdrehte, dachte sie, sie hätte ein metallisches Zwinkern in der Ferne gesehen. Und, kennt ihr das auch? Wenn ihr mal wieder mechanisch durch die Gegend streift und alle Hoffnungen in einen Gegenstand setzt, der sich dann als etwas anderes entpuppt? Und nein, ich meine keine Matroschka. Ja, schon auch irgendwie eine traurige Geschichte, wenn man bedenkt, dass Orianna für Corin damals ihre ganze Menschlichkeit aufgegeben hat. Aber wichtig, es auch gerne tat und es akzeptiert hat. Außerdem sind Maschinen eh viel cooler, deswegen hat sie sowieso alles richtig gemacht. Wie hat euch die Geschichte gefallen? Klimpert es doch gerne in den Kommentarbereich unter dieses Video und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt... Ja, ja, Marketingabteilung. Welche Geschichte kommt denn jetzt als nächstes? Ich hab hier kein Futter mehr. Da muss mal mehr kommen hier. Boah, ey, habt ihr dem denn keine neuen Skripte rübergeschickt, oder was? Hallo? Hallo? Hey! Boah, haben die sich schon wieder freigenommen, oder was? Da könnte es einmal laufen und die machen wieder blau. Oh, ich bräuchte ja auch mal ein paar Produktionsmaschinen. Hoffentlich machen die wenigstens das Thumbnail fertig. Noch ein paar Minuten! Noch nicht? Ja! nervous ansonstres Plus enlargUFF blau anderes Teil vis Edinburgh chauk decre